Das ist ein Nachschlag. Ich hoffe, Sie verfolgen die Öffentlichkeit. Zum Beispiel, ich habe die Weltgesellschaft genannt, eine neue Weltmacht ist erstanden. Haben Sie die Zeit gesehen in der letzten Woche, Weltmacht Habermas. Jürgen Habermas, den wir in der letzten Woche behandelt haben, sympathetisch behandelt haben, wenn man das so sagen darf, wird am Donnerstag, 80, und Sie sehen die Bedeutung dieser Leute, auch in den verschiedensten Zeitungen, im Tagesspiegel zum Beispiel, kommt zurzeit täglich ein Artikel, das Sie Habermas mal gesehen haben. Schön ist er nicht? Das darf man, glaube ich, sagen, oder? Kommt zurzeit jeden Tag eine Sitzung. Sie sehen auch Habermas, und das ist mir für die Veranstaltung wichtig, Habermas hat in seinem Leben nichts anderes als Theorie betrieben. Und sein Hauptwerk ist selber, da steht da wieder Philosoph, die Theorie des kommunikativen Handelns, ist ein vollständig soziologisches Buch, das nur andere Soziologen bespricht, genau genommen. Wenn Sie die Theorie des kommunikativen Handelns anschauen, dann haben Sie Durkheim, Weber, Parsons, Goffman, zwar jeweils ein Kapitel zu den Leuten und so weiter. Nur damit Sie ein bisschen ein Gespür haben, dass wir hier, wenn wir soziologische Theorie machen, wozu brauche ich das, dass das recht sehr bedeutsam ist, und dass die tragenden Köpfe damit auch umgehen. Und wie manche sagen, das Praktischste im Leben ist eine gute Theorie, werden Sie auch noch merken. Also Habermas ist ein sehr schönes Beispiel dafür, das werden Sie bei den Rundungen der anderen Autoren auch sehen. Wie das mit Gittens sein wird, weiß ich noch nicht, aber wir werden das Gittens heute besprechen, auch wenn Gittens zum Beispiel im Hause der Grundlagentheoretiker für Arnold Windeler und für andere ist. Auch Werner Rammert nimmt ja durchaus auf Gittens Bezug. Vielleicht noch eine letzte Vorbemerkung zum letzten Mal. Ich habe letztes Mal kam von einem der Studierenden noch die Frage, ich hätte ja auch eine Kritik an Habermas, freilich. Aber ich sehe nicht das Thema dieser Veranstaltung, dass ich meine Kritik äußere und zeige, wie schlau ich bin und wie ich besser bin, sondern dass ich Ihnen versuche, die Theorien nahezubringen, von denen ich glaube, dass sie für alle weiteren Teiltheorien oder Theoretiker Grundlage sind. Dass Sie die brauchen, um die zu verstehen, auch neuere Teiltheorien. Wenn Sie in den neuen Band Handbuch soziologischer Theorien reinschauen, wie gesagt, das sind 30 Theorien. Wir können auch 50 finden, das ist nicht so schwierig. Die aber im Wesentlichen alles Teiltheorien sind, aufbauen, an, vergenauern und so weiter. Genau genommen geht es auch bei Gittens darum. Gittens ist ähnlich wie Habermas ein Theoretiker, der sehr stark auf anderen Autoren aufbaut. Ganz im Unterschied zu Bourdieu zum Beispiel beim nächsten Mal. Der zwar Theorien im Hintergrund hat, aber durch seine eigene Art von empirischem Zugang, fast eigenwillige Ideen besticht, Beck war auch so einer, gehört Habermas zu denen, die sich auf die Schultern der Alten stellen. Und Gittens ist ganz entschieden so. Gittens ist ein Theoretiker, der jahrelang andere Theorien besprochen hat, behandelt hat, bis er für mich sehr überraschend als eigenständiger Theoretiker dann erschien und dargestellt wurde, aber mittlerweile einen sehr großen Ruf genießt und nicht nur das, sondern in unser Kernthema hineinfällt, nämlich diese Verbindung der neueren Theorien zwischen Mikro und Makro, was Gittens sehr gern macht, also die Verbindung von Mikro und Makro, die er zu seinem Hauptthema macht. Und Gittens ist natürlich für uns heute in dieser Reihe auch ganz hilfreich oder ganz passend, weil er sowohl eine Grundlagentheorie vertritt, wie eine Gesellschaftstheorie, wie auch eine Gegenwartsdiagnose. Und im Letzteren war er ja sogar fast noch wirksamer und folgenreicher als Habermas, weil Habermas im Allgemeinen Diskurs mitgemischt hat. Gittens war, wie manche von Ihnen vielleicht wissen, mit vielleicht der Erfinder von New Liber, also der neuen Ausrichtung der Sozialdemokratie in den 90er Jahren. Die Verbindung von Sozialdemokratie und Liberalismus, die in England entstanden ist nach Margaret Thatcher und die Tony Blair dann begonnen hat, Schröder in Deutschland. Das ist eine Entwicklung, die Gittens ganz wesentlich mit erfunden hat. Der dritte Weg, das ist ja die Idee von Gittens gewesen, das ist auch seine Bücher, also der auch direkt in die Praxis sich eingemischt hat. An dieser Seite gäbe es auch einige Autoren, also es gibt immer wieder Soziologen, die ziemlich entscheidend mit in der Politik mitgewirkt haben. In Deutschland war es der übrigens auch noch lebende Ralf Darendorf etwa, der nicht nur Bücher geschrieben hat, sondern ganz entscheidend Politik und auch politische Ausrichtung, also die Verbindung von Liberalismus und Sozialdemokratie. Das war Ralf Darendorf übrigens auch schon in den 60er Jahren, diese Verbindung, die das sehr entschieden gemacht haben. Gittens gehört in diese Reihe der Politiker, Soziologen, könnte man sagen. Gittens selber ist ein Engländer durch und durch, also auch wieder europäische Soziologie, wie die meisten Soziologien, das werden Sie bemerkt haben, die wir behandeln, in diesem zweiten Teil, europäische Soziologien sind. Das kommt, nachdem die amerikanische Soziologie das 20. Jahrhundert sehr stark dominiert hat, kommt zum Ende, kommen die Europäer sehr, sehr stark durch. Gittens eben als einer der großen. Bourdieu beim nächsten Mal haben wir mal, das haben wir auch schon gehört. In der Nähe von London in die Schule gegangen ist, Soziologie und Psychologie, studiert dann an der London School of Economics, der Einrichtung in England, Malinowski war dort schon, das ist eine sehr bedeutende Schule, war dann Lecturer an der University of Flaster, wo auch damals Norbert Elias lehrte, der ja nach England geflüchtet war, den Sie ja auch kennen und der in England sehr, sehr starke Wurzeln hinterlassen hat mit seiner dann sogenannten England- und Niederlanden sogenannten Figuration-Soziologie. Lebte dann von 70 bis 97 in Cambridge, hat dort auch studiert, ein PhD in Soziologie gemacht, war dort auch Lecturer in Soziologie und Fellow am King's College in Cambridge. Ist 86 Professor für Soziologie geworden, seit 89 Chairman und Direktor des Center for Social Research in London, 97 dann lebt in London und 97 ist auch, muss ich hinzufügen, ist er auch Rektor dieser London School of Economics geworden. Ich war 96, 97 selber in London, als er Rektor war und war wirklich sehr beeindruckt. Ich habe nicht sehr viel von ihm gehalten, davor muss ich gestehen, aber er war einer von den wenigen Leuten, der die London School of Economics hat, sehr viele Studierende aus den Commonwealth-Ländern und sehr viele Ökonomen. Und das hat er wunderbar hingebracht, eben den Ökonomen die Soziologie auch beizubringen, sehr, sehr bedeutend. ist dann seit, ich glaube, 2003 emeritiert. Seit 2003 emeritiert. Giddens hat, wie gesagt, eine Reihe von Phasen in seiner Arbeit, in seinen Arbeiten durchgemacht, wobei er sich zunächst eben die klassische Gesellschaftstheorie in einer ganzen Reihe von Texten angeeignet hat, durchaus auch empirische Methoden. Giddens hat zu den Leuten gehört, die sich relativ früh mit den interpretativen Methoden, das nannte er auch so, beschäftigt hat, der New Rules of Sociological Methods zum Beispiel, und hat auch zu denen gehört, die sich die große Theorie gemacht haben und gleichzeitig auch die Ethnomethodologie, die Interaktionstheorien eingearbeitet haben. Hat sich mit Wissenschaftstheorie und sozialwissenschaftlichen Methoden beschäftigt. Sehr viel zur Sozialstruktur, zur Klassenstruktur, eines der Themen in England. Schon seit langem, wo eben die Zweiteilung der Klassen sehr viel schroffer und starker ausfällt, die Arbeiterklasse und die bürgerliche und Adeligenklasse eben, sehr stark zwei verschiedene Kulturen ausgebildet haben und da auch die Transformation dieser Klassenstruktur durch das Ende der Industrialisierung entsprechend stark war. In England hat es ja auch richtig gekracht, wenn Sie sich erinnern, denn die Deindustrialisierung war unglaublich stark. In den 70er Jahren, die englische Autoindustrie ist praktisch vollständig zusammengefallen, die ja wunderschöne Autos gebaut hat bis dahin. England hat heute eine der niedrigsten Industrialisierungsquoten des gesamten Kontinents, also von ganz Europa. Es ist vollständig umgebaut worden und dieser Umbau ist auch mit der Ära Thatcher damals verbunden worden, also mit der Aufnahme der Akzeptanz dieser sehr starken liberalen Politik, die von 79 bis eigentlich Blea bis 96 dann geherrscht hat und vorgeherrscht hat. Und in diesem Zug ist auch das Land vollständig umgebaut worden, von einem Industrieland in ein Dienstleistungsland, eben sehr stark Finanzdienstleistung, wie man jetzt wieder gemerkt hat, was nicht nur das große Glück ist, das wusste man auch nicht, und hat dann auf dieser Grundlage einen eigenständigen theoretischen Ansatz entwickelt, die sogenannte Strukturationstheorie. Deswegen behandeln wir das auch. Die Strukturationstheorie ist das, wofür er bekannt wurde. Ich will auch hier die Kritik nicht vorweg und nicht äußern an diesem Ganzen. Und schließlich, was ich schon erwähnt habe, gegenwärts analytische und politikberatende Schriften, die insbesondere eben in der Ära Blair, also bis Blair, nicht nach Blair, hat ja nicht mehr viel zu sagen. Der jetzige Kanzler und Parteiführer ist ja nicht gerade, steht zwar noch in der Nachfolge, aber hat offenbar auch diese Linie allmählich verloren. Sehr breit als auch die Beiträge, die Kittens bringt, und ich will diese drei Dimensionen beibehalten, die wir haben, nämlich zunächst einen größeren Block über die Grundlagentheorie, die Strukturationstheorie, dann ein bisschen zu seiner Gegenwartstheorie, wie sieht er die Struktur der modernen Gesellschaft, um dann seine Hinweise auf die Veränderungen der modernen Gesellschaft in eben eine späte Moderne, wie er das nennt, zu skizzieren, anzudeuten. Sehr ähnlich, parallel fast an dieser Stelle zu Ulrich Beck. Beck und Kittens sind sich auch sehr grün. Beck hat ja über Gittens, darf man wohl sagen, auch eine Gastprofessur an der London School of Economics erhalten und ist seitdem regelmäßig dort. Sie haben auch Bücher zusammengeschrieben und die zweite Moderne, reflexive Moderne und späte Moderne sind sehr ähnliche Gebilde. Beide sind sich auch durchaus sehr theoretisch sehr nah, obwohl eben Gittens im Unterschied zu Beck eine Grundlagentheorie hat, während Beck diesen Anlauf nie gemacht hat. Beck, der übrigens jetzt auch, wie ich gesehen habe, zum Sommer emeritiert wird, also auch die aktive Szene, die Universität jedenfalls verlassen wird, das wird für München sicherlich ein großes Problem sein, eine entsprechende Nachfolge, schätze ich, zu finden. Die Aufgabe der soziologischen Analyse ist nach Gittens dreifaltig. Es geht, und diese Dreifaltigkeit merken wir es auch in dem Ansatz immer drin, nämlich einerseits um eine hermeneutische Erklärung und Vermittlung divergierender Lebensformen. Also etwas wie das Verstehen von Handlungs- und Handlungszusammenhängen, die sich zu Lebensformen verdichten auf der einen Seite. Verstehende Soziologie, klassischerweise. Sie wissen, wer die Verstehende Soziologie begründet hat. Das geht uns auf, einer der wenigen, die das eigenständig aufnehmen, dass dieser verstehende Ansatz von Max Weber ist ja durchaus nicht ganz einfach im angelsächsischen Raum zu verstehen. Jedenfalls, das ist dabei. Neben dem Verstehen, auch wie bei Weber, natürlich die Erklärung der Produktion und Reproduktion der Gesellschaft, aber als Produkt menschlichen Handelns. als Social Practices ordered across space and time. An dieser Stelle müssten Sie die Hand heben und sagen, Moment, und Sie fragen sich, warum sollten Sie die Hand heben? Für wen? Nicht die Faust, nicht die Revolution, nein, die Hand. Wegen der analytischen Ungenauigkeit. Sie sehen schon hier, dass wir zum Beispiel Handeln und Practices haben. Und das ist tatsächlich ein kleineres Problem, was wir ja in den Handlungstheorien, in den neueren Theorien haben, dass das etwas unscharf ist und gehandelt wird. Das ist nicht dasselbe. Das wird Giddens ein wenig behandeln noch. Wir werden nächstes Mal bei Bourdieu eine reine sogenannte Praxistheorie haben. Bei Giddens steht aber der Handlungsaspekt noch sehr deutlich im Vordergrund und er versucht dann aus dem Handeln eine Art Praxisbegriff zu entwickeln. Praxistheorien ist der Titel für ein großes Feld jüngerer Theorieentwicklung, nicht nur in der Soziologie, sondern in der gesamten Kulturwissenschaft. Und wenn Sie die wiederum verstehen wollen, ist es sehr sinnvoll, eben Bourdieu oder auf Giddens Bezug zu nehmen, um diese Theoriedebatten, die Sie auch in der Techniksoziologie haben, Communities of Practice zum Beispiel, also Gemeinschaften gleicher Praxis, die sich durch ähnliche Praktiken auszeichnen, ohne zu wissen, dass es eben diese Praktiken sind, wie man bestimmte Dinge macht, gehört zum Beispiel in der Technik- und Organisationssoziologie dazu. Und schließlich drittens meint Giddens noch eine Berücksichtigung der doppelten Hermeneutik, etwas, was Sie eigentlich auch schon alle gehört haben, das ist etwas umbenannt, als was wir als Konstrukte Erster und Zweiter Ordnung haben, dass nämlich wir, wenn wir die Menschen untersuchen, nicht nur Deutung vornehmen, sondern deren Deutungen vornehmen. Das ist die doppelte Hermeneutik, wir müssen nicht nur, wir verstehen nicht nur etwas, sondern wir müssen das Verstehen verstehen. Das ist die doppelte Hermeneutik, Konstrukte Erster und Zweiter Ordnung, erinnert sich noch jemand dran? Von wem die waren? Ungefähr zweite Sitzung, die wir gemeinsam hatten, Grundlagen der Soziologie, Gut, Schütz, Alfred Schütz, Konstrukte Erster und Zweiter Ordnung, also doppelte Hermeneutik, die Grundaufgabe, und ich füge hier an dieser Stelle hinzu, wenn wir auch, das haben wir jetzt auch gesehen, beim Samstag, war jemand bei der langen Nacht der Wissenschaft? Ja, waren Sie auch bei uns, Sie haben mitgemacht, ja, fein, das war sehr, sehr toll gemacht, aber auch das Beispiel war sehr schön, wo Sie fast die doppelte Hermeneutik gesehen hätten, die Leute, die mit dem Plan suchen müssen und nicht nur einen Plan haben, sondern Deutung haben müssen, wie dieser Plan funktioniert, um das zu finden, fand ich sehr reizvoll, toller Einsatz, weil ich fand ich eine sehr beispielhafte Aktion, hat auch sehr, sehr gut, sehr gut funktioniert. Also wir waren sehr nachgefragt, so wie ich das gesehen habe und eben hat auch gut funktioniert. Also das als drei, auch die drei Ebenen herein, verstehen, erklären und das Verstehen des Verstehens, das gleichzeitig, und das ist ja Gittens besondere Eigenschaft, als eine Art Vermittlung eben wieder an die Gesellschaft zurückgegeben wird, Vermittlung von Alltagssprache und Theoriesprache, das macht Gittens auch. Ich weiß, das kann nicht jeder von uns, Gittens konnte das relativ gut, wobei man sagen muss, an die Sprache der Experten, der politischen Experten, aber diese Vermittlung scheint, ist für ihn und für die soziologische Analyse bedeutsam, dass wir nicht analysieren, sondern dass wir noch weiter dieses Analysieren auch in den ersten Verstehensprozess wieder einspeisen. Die Grundzüge der Theorie der Strukturation, ich will die Tafel nicht jedes Mal wieder anführen, aber ich möchte Sie erinnern daran, an den großen Überblick, der von Handeln bis zum System reicht, wo wir Konflikttheoretische, Sie werden mittwochs sehen, welche Konzepte besser hinhauen, Konflikttheoretische, Interaktionstheoretische und eben diese vermittelnden Ansätze haben, die versuchen, zwischen Handeln und System zu vermitteln. Das sind ja die neueren Arten von Ansätzen. Habermas hat dazu gehört, Gittens gehört dazu und natürlich auch Bourdieu, den wir beim nächsten Mal behandeln werden, die sehr große Säulen, die auf allen drei Ebenen der Theorie, Grundlagentheorie, Sozialtheorie, Gesellschaftstheorie und Zeitdiagnose gearbeitet haben. Das zentrale Forschungsfeld der Sozialwissenschaft besteht weder in der Erfahrung des individuellen Akteurs noch in der Existenz irgendeiner gesellschaftlichen Totalität, sondern in den über Zeit und Raum geregelten gesellschaftlichen Praktiken. Weder im Individuum allein noch im abstrakten System, sondern in den Praktiken, die dazwischen vermitteln. Sie sehen das schon hier ausgedrückt bei Gittens, dieses Grundprinzip, dass wir eben nicht eine quasi Psychologie sind, die sich mit dem Geist des Einzelnen, mit seiner Psyche beschäftigt, mit dem, was jeweils vonstatten geht, aber auch nicht die Gesellschaft. Schon alle wissen, wie die Gesellschaft aussieht und als ein eigenständiges System ohne empirische Anschauung betrachten, sondern die vermittelnden Prozesse, die er als über Zeit und Raum vermittelnde Praktiken ansieht. Nicht als, Sie erinnern sich bei Habermas, sondern als kommunikative Handlungen, wo vor allem die Kommunikation, die Sprache dann, die Steuerung übernimmt, die Koordination übernimmt, sondern Praktiken sind das bei ihm. Praktiken sind sie deswegen, weil Handlungen, wie er meint, rekursiv sind, im und durch die Handlungen reproduzieren, die Handelnden, die Bedingungen, die ihr Handeln ermöglichen. Reflexiv, sagen die Ethnomethodologen dazu, er sagt da rekursiv dazu. Das, und das ist der wesentliche Schritt, den wir verstehen müssen, dass in den Handlungen, ähnlich wie in der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit, in den Handlungen selber das Dauerhafte des Gesellschaftlichen produziert wird. Das ist der Schritt, den er aufzeigen möchte durch die Rekursivität. Und zweitens, ein zweiter Aspekt der Handlung, die Reflexivität, dass die Handelnden auf den fortlaufenden Prozess des gesellschaftlichen Lebens fortlaufend Einfluss nehmen. Das heißt, die Handelnden, wenn ich das schon vorwegnehmen darf, die Strukturen, das Dauerhaftere, das im Handeln entsteht, ist nicht einfach fremd, sondern natürlich sind die Handelnden an diese Handlung geknüpft. Gekoppelt würde man mit Blick auf Luhmann sagen, sie sind nicht, sobald Strukturen oder Systeme entstehen, sind die Handelnden nicht abgekoppelt, sondern sie sind reflexiv damit verknüpft. Das ist ein sehr großer Unterschied zum Beispiel einer reinen Systemtheorie, die sagt, Handlungen mag es geben, die müssen wir aber deuten als Kommunikation, sobald es Kommunikationen sind, laufen die aber eigenständig und die Handelnden haben da nichts mehr mit zu tun. Nein, hier ist es ganz anders gebaut. Über die Reflexion wird diese Verbindung hergestellt. Die Kontinuität der Handlungen setzt Reflexivität voraus und Reflexivität ist dank der Rekursivität möglich. Weil wir eben bestimmte Praktiken, dauerhafte Praktiken ausbilden, Rekursivität, können wir auf dieser Grundlage des Eingespielten eben auch reflexiv handeln, haben wir einen Überschuss an Reflexiven, ein Gedanke, der auch schon weiter verbreitet ist. Das Handeln selber setzt Gettens auf drei Ebenen an, drei Aspekte, wenn man so will, des Handelns, nämlich andererseits auf der obersten Ebene eine Art von der reflexiven Steuerung des Handelns und seiner Bedingungen. Das heißt, wir überlegen natürlich reflexiv, was wir tun und was wir unter bestimmten Umständen tun können. Können wir, können Sie heute fehlen, überlegen Sie, naja, es ist der Streik, man kann ja was anderes machen und so weiter. Reflexive Steuerung des Handelns, wenn Sie zum Beispiel den Weg suchen zum Geodetikum und sich plötzlich in Raum 3025 wiederfinden, denken, naja, irgendwas muss da anders sein, hier ist jedenfalls nicht Geodetikum, ist niemand da und Sie überlegen sich, ob das, was Sie gefunden haben, in einem Ziel identisch ist, steuern also Ihre Handlung daran, schauen, ob die Bedingungen Ihres Beobachtens zum Beispiel zutreffen, war der Gang, durch den Sie gegangen sind und so weiter. Also bei einfachen Fragen ist es Behandlung. Reflexive Steuerung des Handelns heißt nur, dass natürlich wir intentional handeln und wissen, was wir tun. Das ist unterschieden von der Rationalisierung des Handelns. Bitte sehr. Dieser erste Aspekt, ist ja ähnlich mit der Rational Choice Theorie, also mit dem Abwägen? Das ist sehr ähnlich mit der Vision Choice, das ist wie Handeln. Es ist nicht so, dass die Vision Choice Theorie das Handeln erfunden hätte, aber das ist genau richtig. Also es ist im Prinzip, wir wollen ein Ziel erreichen, wir steuern unser Handeln genau so, dass wir das Ziel erreichen, mehr oder weniger sinnvoll, im Wissen eben, im Wissen wissen, was wir haben, mit dem Problem, auch dort, der unbekannten Handlungsbedingungen, also die verantwortlich sind für die nicht intendierten Folgen des Handelns zum Beispiel. Richtig, das ist, der Handlungsbegriff ist ja auch kein eigentlich komplizierter, den können wir relativ gut voraussetzen, genügt aber noch nicht, weil wir dann noch was haben, eben der Rationalisierung, eine Art, eine Art, das sind in Anführungsstrichen theoretisches Verständnis für die Gründe des Handelns. Also zum Beispiel, sie waren dort und sind einfach weggelaufen, weil man aus Mut so etwas tut, dass man eine Art Emotionstheorie des Handelns hat. Man darf so Dinge machen unter Drogeneinfluss oder Alkoholeinfluss und so weiter oder Leute, die Studenten sind, sind einfach nicht praktisch veranlagt und finden ihre Räume, nicht so was von diesen Arten, als ein theoretisches Verständnis, das nicht identisch damit ist, sondern eben Rationalisierung sind, so wie wir uns Handlungsabläufe dann eben erklären. Und auf einer tiefsten Ebene haben wir dann, oder das jetzt eher, das sollte kein Kummer sein, entschuldigen Sie, Bedürfnisse, die Handeln veranlassen, Motive, Wahrnehmung, mehr oder weniger, mehr oder weniger sage ich, psychologischer Natur, dass wir Gefühle haben, dass wir ein Sicherheitsbedürfnis haben und so weiter, was Gittens auch sehr breit anspricht und deren Sozialisierung sind, Körper haben, der Kälte, Wärme und so weiter hat, was er anspricht, was auch eine Ebene des Handelns darstellt. Und diese Ebenen unterscheidet er entsprechend auch auf drei, wenn Sie wollen, Bewusstseinsstufen, nämlich einmal das praktische Bewusstsein, das sich eben überlegt, wie wir Dinge erreichen, in Handlungen, das theoretische Bewusstsein, das diese Handlungen mehr oder weniger gut erklärt. Das muss übrigens nicht heißen, dass er sie richtig erklärt. Unsere Rationalisierung, das wissen Sie, unsere Rationalisierung doch, das wissen Sie von Pareto zum Beispiel, können ziemlich abwegig sein. Wir können sagen, na ja, immer wenn der Mond, wenn Vollmond ist, habe ich Schwierigkeiten beim Räume finden. So von dieser, wie auch immer. Können ja sehr unterschiedlich sein. Oder Frauen finden es halt nicht, haben keine Raumorientierung und was immer solche Rationalisierungen sein mögen. Und auf der untersten Ebene dann das, was er das Unbewusste nennt, nämlich jene, wenn man so will, vor sozialen Motive und Bedürfnissen, die wir als menschliche Wesen und nicht als einzelne Handelnde haben. Und Sie sehen auch hier dann, dass entsprechend bei der reflexiven Steuerung die unerkannten Handlungsbedingungen natürlich entsprechend auch zu den unbeabsichtigten Handlungsfolgen führen können. Also ein Handlungsmodell, das drei Schichten des Handelnden einbaut und die, wenn man so will, auch als Störfaktoren einbaut. Wenn Sie nach Fashion Choice fragen, würde also sagen, dass wir, wenn wir rational handeln, dass die Rationalität selber gar nicht besonders rational sein kann. Wenn Sie zum Beispiel guter, was ich, Muslim, Katholik und so weiter sind, dann ist Ihr theoretisches Verständnis etwas anders und Ihre Rationalität ganz anders, weil Sie andere Arten von Rationalisierungen haben. Die typische Rationalisierung dieser Art hätten wir auch schon beispielsweise erörtert in dem Zusammenhang von Webers Beschreibung des Protestantismus, des Einflusses des Protestantismus auf das ökonomische Handeln, was eine ganz seltsame Art von Rationalisierung war, wie Sie wissen, die etwas umfänglich ist, aber die als Rationalisierung dann dieses Handeln steuert, eine Art von innerweltlicher Skleseschaft und so weiter. Sie wissen, dass auf der Grundlage von einer dritten Schicht dieser Motive, wie eben zum Beispiel Sicherheit, also das heißt Ungefährdetheit und dergleichen, körperliche Unverserciertheit und solche Dinge, die als Motive bedürflich sein können, als Motive, durchaus wandlungsfähig sind und wandelhaft sind. Dieses Handeln bildet den Ausgangspunkt, das ist noch nicht die Theorie, das ist der Ausgangspunkt des Ganzen, aber er geht eben, und das werden Sie, es werden unterschiedliche Ansätze sein, er geht vom Handeln aus, dass der kleinste Generator dieses gesellschaftlichen Prozesses ist und aus dem, ähnlich wie bei Berger-Luckmann, dann die anderen ebenen, die Strukturen entwickelt werden. Handlung bedeutet als Definition, fähig sein in die Welt einzugreifen beziehungsweise einen solchen Eingriff zu unterlassen, mit der Folge einen spezifischen Prozess oder Zustand zu beeinflussen. Das ist die einfachste Form und auch hier mit einem sehr breiten Machtbegriff, das Vermögen der Akteure, ihre eigenen Entscheidungen durchzusetzen, definiert er dann schon als Macht sehr viel breiter, als es bei etwa Weber war. Der nächste Schritt nun, und das ist eigentlich der, der erst die Strukturationstheorie macht, den werde ich so ein paar Stufen versuchen darzustellen, Der nächste Schritt ist nun, dass das Handeln selber Strukturen schafft. Das Handeln selber schafft Strukturen. Das ist ganz wesentlich. Es ist durchaus auch, ähnlich wie bei Luhmann, autopoietisch gedacht, das Handeln erzeugt diese Strukturen. Wenn diese Strukturen aber einmal Strukturen sind, dann wirken sie auf das Handeln zurück. Also das Handeln wirkt auf die Strukturen, die Handeln wirken aber als Einschränkung wieder zurück, und als Strukturen dient sie dazu, dass sie Handlungen ermöglichen. Zum Beispiel die bloße Rekursivität, das Wiederholen, die Routinen, die eingespielten Handlungsmuster, zum Beispiel auch im Reden, erlauben es, dass wir bestimmte Handlungen darauf, wir können dann mit der eingespielten Sprache zum Beispiel darauf gesetzt, darauf obendrauf noch auch denken. Wir müssen uns nicht überlegen, wie das nächste Wort heißt, und wir können damit arbeiten. Wir können dann darauf denken. Diese Strukturen also schaffen Möglichkeiten, zugleich bilden sie eine Einschränkung. Dieser autopoietische Charakter, Autopoietisch kommt Ihnen jetzt locker über die Lippen, vermute ich, dieser autopoietische Charakter wird auch emergent genannt. Emergenz ist auch in der Systemtheorie, also dass Strukturen aus den Prozessen erzeugt werden, aus Prozessen erzeugt werden, aus denen sie bestehen. Die Prozesse schaffen die Strukturen, die Strukturen bestehen aus diesen Prozessen, sie sind aber nicht identisch mit diesen Prozessen, sondern eine andere Ebene, eben Struktur, nicht Handlung. Die Struktur ist Struktur, nicht Handlung. Und das scheidet sich. Eine Institution wie die Polizei ist keine Handlung mehr, besteht zwar aus Handlungen, besteht aus Handlungen, die dauernd reproduziert werden, ist aber eine eigene Strukturebene. Das heißt, darauf verweist der Begriff der Emergenz, dass eben Strukturen aus, was ich gerade schon zweimal wiederholt habe, der emergente Charakter von Struktur und Wechselwirkung von Handeln und Struktur. Strukturen sind nicht fest, sondern bauen auf Handlungen. Strukturen sind das Ergebnis des Handelns, wie auch das Medium des Handelns. Und das nennt er, da komme ich gleich noch drauf, die Dualität der Struktur. Sie sind das Ergebnis von Handlungen, sie werden aus Handlungen aufgebaut. Sie sind aber auch das Medium von Handlungen, weil sie Bedingungen und Einschränkungen für Handlungen formulieren und festlegen. Die Strukturen sind die Ausdehnung von Handlungen in Raum und Zeit. Sie sind Regeln und Ressourcen des Handelns. Sie schließen bestimmte Handlungen aus und stellen Handlungsressourcen bereit. Ich gehe da jetzt gleich noch ein bisschen drauf ein, denn auch welche Strukturen das sind, aus der Art der Strukturen, der Strukturen baut er dann seine Gesellschaft sozusagen zusammen. Wesentlich ist aber das Grundprinzip, das hier, das fast autopoetische Grundprinzip, aus Handlungen werden diese Strukturen gebildet, die selber wieder Einschränkungen für diese Handlungen sind. Auf der Strukturseite dann, ich gehe auf den ganzen Weg, ich habe ein ganz komplexes Schema noch gemacht, das habe ich jetzt ein bisschen vereinfacht, das war beim letzten Mal komplexer, wo ich versuche, den gesamten Raum der Konstitution der Gesellschaft, wie Giddens das nennt, darzustellen. Auf der Strukturseite, quasi nach oben hätte ich es zeichnen sollen, auf der Strukturseite haben wir zwei wesentliche Weisen, wie Strukturen gebildet werden, nämlich einerseits mit Regeln und andererseits durch Ressourcen. Also Regeln, die normative Elemente festlegen, so wird etwas gemacht, so muss das sein, man setzt sich hin, man ist ruhig, man macht dieses und jenes, was dann auch mit bestimmten Institutionen geregelt wird, Regeln über die Bedeutung und mit denen wir Bedeutungen austragen, wie zum Beispiel Sprache oder wie Diskurse zum Beispiel. Auf der anderen Seite sind Ressourcen, bilden Ressourcenstrukturen, nämlich die, andererseits die Machtstrukturen, die Verfügbarkeit über Entscheidungen und allokative materielle Kontrolle über die Dinge dieser Welt, Nahrungsmittel, Essen, Geld und so weiter, die als andere Ressourcen eine Art von Struktur bilden, die einschränkend auf Handlungen wirken. Regeln wirken einschränkend auf Handlungen, man macht dies, man macht jenes, wenn Sie schon Strukturen sind. Nehmen Sie Verkehrsregeln ganz einfach, die sich eingebildet haben, ausgebildet haben, Sie müssen sich das nicht mehr überlegen, Sie können Ihre Zigarette, Rauchmusik hören und so weiter, Sie können reden, telefonieren, wenn es geht und so dergleichen. Signifikationscode, Sie können Bedeutung tragen, Sie können sprechen, Sie können Aushandlungsprozesse machen, Sie können demonstrieren und bei der Demonstration bestimmte Äußerungen formulieren, die dann diskutiert werden können und so weiter, Bedeutung schaffen. Autoritative Koordination, diese Entscheidungsmöglichkeiten werden festgegeben, bestimmte Möglichkeiten zur Entscheidung werden zum Beispiel dem Bürgermeister überlassen oder wenn Sie beim Streik sind, dass bestimmte Leute koordinieren, die Handlungen versuchen, eine Moderation vorzunehmen, andere versuchen, zur Revolution aufzurufen, wohin auch immer, und so weiter und so fort, die, wenn Sie dann Machtmittel haben, auch die anderen mitnehmen können oder sagen können, darüber entscheiden können und natürlich die Verteilung der Güter. Darum geht es zum Beispiel bei diesem Streik, dass bestimmte Mittel für die Bildung verfügbar gemacht werden sollten, andere nicht. An dieser Stelle wäre Bordeaux besser gewesen für mich. Wäre mir das eingefallen, mit Giddens funktioniert das nicht, deswegen enthalte ich mich an dieser Stelle etwas. Also, das ist gleichsam die Strukturseite. Wenn von den Handlungsstrukturen gebildet werden, dann nehmen die gleichsam diese vier Routen oder sind diese vier Arten von Strukturbildungsprozessen, von Strukturbildungszentren, die, Sie sehen schon, die Institutionsbereiche vorwegnehmen. Da kommen wir gleich noch drauf. Ähnlich ja, wie wir das bei Habermas zum Beispiel hatten, schließt hier dann die Ökonomie an, hier schließt die Macht und Politik an, hier schließt das Recht an und so weiter. Also, dass Sie sehen, wie über diese formalen Wege die spezifischen gesellschaftlichen Strukturen gebildet werden. Ich glaube, jetzt kommt das, genau, nein, das kommt noch nicht, ich zeige Ihnen nochmal die Dualität der Struktur, die hier eingebaut ist. Das sollte, also wir haben die strukturellen Beschränkungen, institutionelle Strukturen, Normen, Werte und rekursiv organisierte Handlungsformen auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die Handlungen selber, die zeitlich ausgedehnt werden können, die rekursiv sind durch verschiedene Weisen und die beiden bilden, ich will nicht auf das Einzelnen gehen, bilden eine Art von Kreislauf, der die Handlung, der die Struktur erhält und verändert, der aber in der Struktur, und das ist bedeutsam bei Giddens, immer wieder auch Reflexivität natürlich freisetzt. Diese Reflexivität ist Teil der Handlung, dadurch, dass sie Strukturen bilden, kann man auch Strukturen, wenn sie wollen, verändern, verändern und Handeln verändern. Das ist das Ziel, das in Giddens angesetzt ist, ganz anders als bei Luhmann, aber ebenso wie etwa bei Giddens, wenn die Handlungen mit den Strukturen verbunden werden, dann ist auch theoretisch die Veränderbarkeit der Strukturen eingebaut. Sie können als Systemtheoretiker praktisch nur Systeme verändern, Sie können nur als Systemplaner sagen, hier verschieben wir was und so weiter, müssen sich als Systemplaner aber dann auch immer herausnehmen, aus dem ganzen Plan und als Theoretiker auch. Luhmann natürlich ist nicht dem System unterworfen, jedenfalls was er schreibt. Dieser Einbau ist in diesen Theorien gemacht und weist auch darauf hin, dass eben die Handlungsfähigkeit, die Reflexionsfähigkeit in der Struktur prinzipiell beibehalten wird, auch wenn die Struktur fortwährend natürlich Beschränkungen aufgelegt und Einschränkungen ist, aber sie ist auch eine Ermöglichungsstruktur. Sie schafft Möglichkeiten zu handeln und sie entlastet von bestimmten Handlungsformen. Jetzt das große Bild, das ist ein relativ komplexes, ich lasse es Ihnen ein Versuchsbisschen aufzudröseln. Wesentlich ist hier, Sie erinnern sich bei Habermas letztes Mal, das Bild von der Lebenswelt und vom System, damit Sie eine Anlehnung haben, was gar nicht so unterschiedlich war. So ähnlich funktioniert es auch bei Giddens, dass wir eine Mikrostruktur haben, das Handeln, das soziale Handel, Interaktion sich einspielt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Makrostruktur, die Gesellschaftsstruktur, die wir haben. Wir haben die verschiedenen, wir haben die Handeln, Kommunikation, Regeln, Sanktionen von Macht und haben die drei Regelsysteme hier, Signifikation, Herrschaft mit der Autorität, Allokation und die normative Regulierung. Das sind diese vier Strukturen, die wir vorhin schon hatten. Das sind gleichsam strukturelle Verfestigungen, die sich aus den Handlungen ergeben. Sie machen schon eine Art von Gesellschaftsstruktur. Gleichzeitig besteht die Gesellschaft auch darin, nicht nur diese Strukturen, diese vier Typen auszubilden, sondern sie besteht auch in einer räumlichen und einer zeitlichen Extension. Die Strukturen, die Rekursivität von Handlungen werden über Räume ausgedehnt in Gesellschaften. Wir handeln hier, die Handlungen werden verlängert an andere Orte, sie werden an anderen Orten auch durchgeführt, rekursiv an ähnlichen Stellen. Die Schule handelt hier, auf dieselbe Weise die andere Schule dort. Über normative Regelungen wird das räumlich ausgedehnt, bis hin dann zu globalen Ausdehnungen, dass Handlungsachsen dann entfalten können. Und natürlich können die Handlungen dann auf verschiedene Weisen, zum Beispiel über Signifikation, indem wir Erinnerungssysteme bauen, Bücher sind solche zum Beispiel, auf Dauer gestellt werden, eine lange Zeit, auf lange Zeit auf Dauer gestellt werden, in den Institutionalisierung, sodass wir nicht nur die vier Struktur, geregelten über Ressourcen und Regeln, Strukturmomente haben, symbolische Ordnungen, Signifikationen, politische Institutionen, Autorisierung, ökonomische Institutionen und rechtliche Institutionen, als die vier institutionellen Säulen der Gesellschaft, sondern das Ganze auch noch über räumliche und zeitliche Extension auf eine gesellschaftliche Ebene stellen können. Der Mikrobereich und der Makrobereich unterscheiden sich, anders gesagt, nicht nur dadurch, dass wir eine strukturelle Verfestigung haben, sondern auch, dass wir eine räumliche und zeitliche Ausdehnung haben. Und diese Ausdehnung ist die Ausdehnung der Handlungsform, die natürlich dann zum Beispiel über Mediatisierung gehen kann, relativ einfach, wenn sie wie eine Gesellschaft, eben so eine Gesellschaft, wie eine ägyptische Gesellschaft zum Beispiel, die für die räumliche Ausdehnung braucht, Steinplatten, wo sie was draufschreiben können, damit sie den Leuten zeigen, wenn es so geht, und die Handlungen, die rekursive Handlungen möglich sind. Das ist ziemlich aufwendig, deswegen ist das ägyptische Reich auch nicht größer geworden. Die Römer hatten das ein bisschen schlauer gemacht, die hätten keine Steinplatten genommen, sondern Papyrus, das lässt sich ein bisschen leichter transportieren, um zum Beispiel das Rechtssystem, von dem wir immer noch zehren, von Rom bis nach Afrika Transport ausdehnen zu können und ausweiten zu können. Also räumliche und zeitliche Extensionen gehören dazu, die Handlungen, Interaktionen ausweiten und damit auch alle die Strukturen, die geschaffen werden, ausweiten, zeitlich und räumlich. Diese zwei Dimensionen gehören also noch dazu, damit wir dann von der Mikroebene auf eine strukturierte Makroebene gelangen können, wo vor allen Dingen eben diese vier Aspekte, normative Regulierung, Allokation der Ressourcen, Autorisierung der Ressourcen und die Signifikationscodes, die Grundlage für dann rechtliche Institutionen, ökonomische Institutionen, politische Institutionen und symbolische Ordnung. Symbolische Ordnung in einfachen Gesellschaften häufig über Religion gebastelt, später dann über andere symbolische Systeme, eben Ägypten zum Beispiel, wesentlich über Religion gebastelt, später dann mit weiteren Ausdifferenzierungen ohne die Religion. Und damit sind wir auf der Strukturebene, der gesellschaftlichen Strukturebene. Und auch hier wirkt dann auf der Makroebene folgen diese Systeme natürlich ihren Funktionen. Sie müssen diese normativen Regulierungen durchsetzen, die bleiben auch normativ, das ist gleichsam ihre Funktion. Sie haben systemischen, auch hier wie bei Habermas, systemischen Charakter, sodass es eine Spannung gibt zwischen denen. Und wenn Sie, jetzt versuche ich es wieder, versuche es mit Gittens, also wenn Sie zum Beispiel, wenn am Mittwoch auf die Straße gegangen wird, dann würde man ungefähr so etwas sagen, wie, dass die Systeme, wie zum Beispiel das Finanzsystem, das Wirtschaftssystem, das politische System, die ja gleichzeitig auch die Bildung wesentlich über Autorität steuern und über Ressourcenallokationen steuern, dass die sich von dem, was im Bildungssystem vonstatten geht, offenbar distanziert haben. Und das ist ja eine Differenz auf der Mikroebene, etwa ihres Studierens und dem, was das System vorgibt und als Rationalisierung vorgibt, besteht. Und daraus wäre dann ein möglicher Konflikt abzuleiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber so ungefähr wäre das, wäre das, denke ich, möglich. Sehr ähnlich, wie das bei Habermas wäre. Bei Habermas käme aus dem Ganzen natürlich konsequenterweise der Versuch eines herrschaftsfreien Diskurses, wenn Sie wollen, der runde Tisch, als eine der naheliegend Möglichkeiten. Aber wir machen ja heute nicht Habermas, sondern Gittens. Nur Sie sehen eine sehr ähnliche, das ist kein Zufall, eine sehr ähnliche Konstruktion, weil wir eine Bipolarität haben, die in der Dualität der Strukturen aufgebaut ist, zwischen der Handlungsebene, der Interaktionsebene, der Mikrostruktur und eben dem, was dann gesellschaftlich, als Gesamtgesellschaft daraus analytisch ableitbar ist und als Hauptinstitution auftritt. Das ist, wenn Sie so wollen, sind die Grundzüge der Sozialtheorie, der Grundlagentheorie von Gittens. Man könnte an einzelnen Stellen jetzt nur ein bisschen aufbauen, also zum Beispiel schauen, wie solche zeitlichen Extensionen stattfinden, wie Sie also Handlungen über Routinisierung, Strukturen ausbilden, wie diese Strukturen in der Routinisierung dann auf die zurückwirken. Sie können das, das ist auch nicht sehr, das hat sehr viel Anleihen bei anderen gemacht, Sie können das bei jeder Beziehung beobachten. Wenn Sie irgendeine Beziehung aufnehmen, das muss keine Liebesbeziehung sein, das kann nur eine Freundschaftsbeziehung haben, merken, dass plötzlich, aha, das sollten Sie zurückrufen, man trifft sich regelmäßig, man bricht das ab, Sie brauchen eine Rechtfertigung und so weiter, wie Sie merken, dass aus Handlungen plötzlich einzelne Beziehungen sind, eine der einfachsten Form von Strukturen, von Strukturen entstehen, die gleichzeitig andererseits, Sie wissen, Sie treffen sich jeden Mittwoch um 18 Uhr zum Squash, Schachspielen oder was immer Sie machen, Sie wissen, was Sie zu tun haben, braucht die Planung nicht mehr, zugleich merken Sie auch, dass eben eine Struktur besteht, die Sie aufgebaut haben. Das können Sie ein bisschen weiter ausbauen, Sie können das bis zum Weltschachverband ausbauen, wenn Sie wollen, jetzt an dieser Stelle, das geht dann relativ einfach mit und so ist die Idee. Sie können dann von solchen Dingen bis zum Weltschachverband, nicht nur Signifikation, zeitliche Extension, autoritative Regulierung der Institution und so weiter, das im Ganzen nochmal nachbauen und rekonstruieren. So ungefähr wäre die Idee dieser Strukturationstheorie, deren Kern also darin besteht, dass die Strukturen der Gesellschaft Ergebnisse der Handlung sind und zwar ermöglichende und beschränkende Ergebnisse der Handlungen, die selber darüber reflexiv eine Reflexivität schaffen können, ohne dass die diskursiv, kommunikativ sein muss. Machen wir eine kleine Verschiebung dieser Vierer Strukturen nun in die Gesellschaftstheorie, von der Sozialtheorie, von dem, wie kommt aus Handeln, sozialem Handeln, Gesellschaft hervor, prinzipiell für alle Gesellschaften, die bei Grittens eben unter dem Titel Konstitution der Gesellschaft verhandelt wurde. Das ist auch das Hauptwerk, könnte man sagen, sein theoretisches Hauptwerk. Nun zur spezifischen Fassung der modernen, ich sage hier noch moderne Gesellschaft, das ist nur die moderne, die Gittens dann auch in eine Art Panoptikum, Synoptisch, wo er verschiedene Analysen der Moderne zusammenführt. Ich kann das relativ kurz machen, weil wir die Moderne schon in der ersten Sitzung angesprochen haben, aber ich soll das hervorheben, weil Gittens da durchaus Eigenheiten oder eigene Nuancen gesetzt hat, die bis dato übersehen wurden. Nicht bei der Rolle des Kapitalismus zum Beispiel, der aus der Trennung von politischer und ökonomischer Sphäre entsteht, die Moderne natürlich ganz entschieden prägt. Industrialismus, also die Produktionsweise des Kapitalismus durch die Mechanisierung des Transports, Mechanisierung der Kommunikation, Sie sehen schon, Extensions, räumliche Extensionsapparate, Urbanismus verbunden mit neuen Formen der Kriegsführung, industrielle Kriegsführung, Erster Weltkrieg zum Beispiel, und ein neues, man könnte fast sagen, exploitativees Verhältnis zur Natur. Die Ausbildung des Nationalstaates, natürlich hatten wir auch schon behandelt, aber behandelt auch Gittens, dann in große Breite, nämlich die vor allen Dingen Monopolisierung der Mittel legitimer physischer Gewalt, Souveränitätsanspruch über ein Gebiet und ein dauerhafter Regierungsapparat. Und als sein früher Beitrag, den er aus einer, wie üblich aus Literatur, aus seiner frühen Foucault-Lektüre abgeleitet hat, ist die frühe Herausstellung der Bedeutung von Überwachung und Kontrolle als ein Merkmal der modernen Gesellschaft, als moderne Gesellschaften. Bei Weber heißt es Bürokratisierung, also zum Beispiel mit der Erfassung der Einzelnen, mit der Aufnahme einzelner Daten, mit der Schaffung von Ausweisen und so weiter, ein Überwachungssystem schaffen und enorm viel darin investieren. Arbeitsverträge, sozialtechnische Bearbeitung von Abweichungen, Freiheitsrechte, die verdichtete Kontrolle und Disziplinierung gleichzeitig bedeuten, die Ausweitung der Machtpraktiken und die Sammlung und Speicherung von Informationen, die Aspekte der totalitären Herrschaften den die anhaften, wenn praktisch über alle zentral von einer autoritativen Macht Daten gesammelt werden. Das ist ein Thema, das er dann nachmalig dann auch aufgenommen wurde. Das ist also nichts Besonderes noch für die Moderne, nur eben die Vorhebung der Überwachung, das war schon Gittens Beitrag. Und als dann die Debatte über die Informationsgesellschaft in den 80er Jahren losging, war auch Gittens einer von den Leuten, der die Rolle eben der Information zur Beherrschung sehr deutlich hervorgehoben hat. Und das als ein Aspekt nicht erst der modernen Informationsgesellschaft, sondern, wenn Sie wollen, des Kameralismus der 16. und 17. Jahrhunderts, die modernen Staaten entstehen, das auch historisch zu zeigen, versucht damit, dass Sie ihre Bürger erfassen. Nicht nur, dass Sie ihnen eine Identität, eine nationale Identität geben, sondern Sie erfassen alle Einzelnen von Anfang bis Ende und sind damit auch unter einer Kontrolle. Das ist sicherlich die Besonderheit der modernen institutionellen Strukturen von Gittens noch dazu. In der späten Moderne stoßen diese Strukturen, diese institutionellen Strukturen auf gewisse Schwierigkeiten, sie haben gewisse Risiken, sie haben aber auch über Reflexivität auszulotende Potenziale, die auch aufgeteilt sind, wenn Sie eine Gesellschaftsanalyse haben, auf diese verschiedenen Bereiche, die die Moderne vorgegeben hat. Das industrielle Produktionssystem zum Beispiel trägt, wie sehr deutlich wurde, das ist eines der Themen, was wir über Beck verhandelt hatten, das Risiko ökologischer, des ökologischen Zerfalls, lockt deswegen auch neue Gruppen hervor, die diesen Zerfall auch, wenn Sie wollen, beobachten und reflektieren. Nämlich ökologische Bewegungen hervor und hat auch daraus ein utopisches Potenzial, das die Gesellschaft vorenthofen kann, nämlich eine Humanisierung der Natur. Die Menschen eignen sich, die versuchen, die Prozesse der Natur nicht anzueignen, das ist der falsche Ausdruck, sondern zu berücksichtigen, in ihren Handlungen und ein Teil ihrer Handlungen werden zu lassen. Ähnlich ist es auch mit dem Kapitalismus, wenn wir schon dabei sind, die Risiken des Kapitalismus ist fortwährend der Kollaps der ökonomischen Weltordnung etwas, was ja sein Dauerthema ist, wenn Sie so wollen, dass auch klassischerweise, eigentlich hier sollte man genauer sein, der im Industrialismus von der Arbeiterbewegung aufgenommen wird und als utopisches Potenzial, das jetzt auch wieder in der Debatte ist, ökonomische Nachknappheitssysteme zur Folge haben könnte. Also zum Beispiel Ökonomien, in denen, auch das ist seit der Krise des Industrialismus schon ein Thema, in denen nicht mehr Wachstum das zentrale ökonomische Prinzip ist. Nach wie vor ein Problem, wenn also Ökonomien nicht prinzipiell auf Wachstum aufbauen, für den Kapitalismus jedenfalls ein Problem. Und das wäre auch etwas für die Frage der Transformation des Kapitalismus ein Thema. Übrigens auch hier die Frage, wenn Sie, Sie können es sehen, ich bin mir noch nicht sicher, ob hier die neue Wissensklasse auf der Straße steht und ob das eine Klasse ist, aber man kann sich natürlich überlegen, ob nach dem Niedergang des Industrialismus tatsächlich die Arbeiter, ob die Arbeiter noch die Gegner sind, weil das ist tatsächlich sehr spezifisch auf den Industrialismus gemünzt. Und das, was wir haben, ist ja auch schon eine weitgehende, auch in Deutschland, ist es etwas langsamer als England, eine nachindustrielle Gesellschaft, die sehr stark Wissen und Dienstleistungen produziert und von der Dienstleistungsproduktion abhängen. Und das sind die Leute von Arcandor zum Beispiel, durchaus die Betroffenen von Arcandor, vermutlich diejenigen, die neben der Wissensklasse mit auf der Straße stehen und die vermutlich, wie ich meine, vermutlich etwas stärker betroffen sind an dieser Stelle. Das System der Überwachung trägt das Risiko, natürlich 1984 schon thematisiert, des Entstehens einer totalen Herrschaft, dessen Gegner dann in Demokratisierungsbewegungen zu finden sind, die gleichsam gesellschaftlich die Reflexion über diese Gefahr betreiben. Das war schon zu meinen Zeiten die letzte große Volksbefragung, 1984 hätte die stattfinden sollen, eine massive Bewegung damals gegen die Volksbefragung. Das haben sie immer wieder, sie sehen das ja. Interessanterweise, das ist ganz ein sehr, sehr reizvoll, interessanterweise nicht im Internet. Das ist ganz lustig, weil hier praktisch beide Bewegungen fast aufeinander stoßen, die Frage der Verfügbarkeit von Informationen über Leute und die Bewegungen, die diese Verfügbarkeit herstellen, sind hier fast identisch. Und so haben sie eine sehr eigenartige Entwicklung, sehr spät eine merkwürdige Entwicklung, dass dieses, ein System, das eigentlich zur Überwachung mit auch dienen könnte, von Bewegungen, die gegen Überwachung sind, mitgenutzt wird. Das war ja im Internet schon Anfang eine Doppelkonstellation. Einerseits militärisches Informationssystem, andererseits dezentrales Netzwerk, Netzwerk für solche, die nicht die zentralisierten Medien benutzen wollen. Und beides geht ziemlich durcheinander. In der letzten Zeit haben wir ja einige Diskussionen. Und ich vermute auch, das wird auch noch in der Diskussion bleiben. Also die Frage, wie sehr die Leute im Netz zugänglich sein sollen, sein werden und wie die Leistung von Menschen, die Copyright-Leistung von Menschen, wie sehr die auch zugänglich gemacht werden oder wie sehr das Netz selber kontrolliert werden soll. Also Demokratisierungsbewegungen sind hier ganz eigenartig. Und was er als utopisches Potenzial darin zieht, es sind mehrschichtige demokratische Partizipationen. Sehr ähnlich wie Beck die Annahme, dass wir in vielen Handlungsbereichen uns politisch partizipieren, auch wo es um die Information von uns entsprechend kontrollieren und uns an den verschiedenen Bereichen, verschiedenen Lebensbereichen als Bürger behandeln. Nicht nur im Bereich des gesamten Staatssystems, sondern auch in den eigenen Lebensbereichen, in kleineren Lebensbereichen, wie zum Beispiel Verkehrsprobleme, lautstarke Probleme und dergleichen. Ein besonderes Problem, was er noch anspricht unter der Macht, ist das System militärischer Macht. Natürlich auch hier, das ist ja klassisch der Nuklearkrieg, jetzt ja durch Korea wieder etwas heraufbeschwört, als Risiko besteht. Dieses Risiko durch die Friedensbewegung identifiziert wird als utopisches Potenzial auch hier auf der Strukturebene von den Handelnden erreichbar. Die Demilitarisierung der Weltordnung, auch das hier etwas, das wir als Thema fast durch die Nachrichten wieder verfolgt haben, nachdem neulich, wie Sie sicher mitbekommen haben, Putin sogar sich vorstellen kann, die Atomwaffen abzubauen, ist dieses utopische Potenzial sogar eben bis in die Presse gerückt. Diese Strukturen, Strukturelemente also haben eine Art von, haben tragende Risiken mit sich, werden von der Bewegung identifiziert und haben aus der Reflexion geschaffene, utopische, aus der eingebauten Reflexivität geschaffene, utopische Potenziale. Die Transformation, wenn Sie wollen, eine Veränderung der Moderne bewirken oder beschreiben, sollte man besser sagen, beschreiben. Diese Transformation der Moderne ist auch bei Gittens schon unterwegs und das ist so der Übergang zu seiner Zeitdiagnose, eben die späte Moderne, die er beschreibt, die als transformierte Fassung, nicht eben als Postmoderne, sondern nicht einfach als gegen die Moderne entworfenen Andere, sondern wie er auch geschrieben wird, aus der Moderne oder weitergetriebene Moderne verstanden werden kann, radikalisierte, späte Moderne, nennt er das auch, um die Kontinuität, auch die strukturelle Kontinuität der Intention zu halten. Und er hat eine ganze Reihe von Aspekten herausgehoben, auch selber beschrieben, also zum Beispiel die Herausbildung partikularer Identitäten, dass also Identitäten sich, das ist ein Gengis, später moderner Raster, Identitäten sich partikularisieren, von ihren sozialen, strukturellen Vorlagen ablösen, nicht mehr mit Familien, Dorfen, Gemeinschaften, und sonst wie zusammenhängen, sondern aus eigenen, hier nicht einfach psychologischen, sondern aus typischen Motiven heraus. Sicherheitsmotiv, Körpergefühle zum Beispiel, geht uns beschäftigt, die sehr ausführlich damit, eben mit den Kulturen, die durch Körperaktivitäten, Körperpraktiken, neue Körperpraktiken hergestellt werden, von Menschen mit Essstörungen, die auf dieser Grundlage, die bis hin zu sexuellen Variationen von Identitäten, die geschaffen werden, die als Hauptidentät dastehen und neben sich von der Struktur abgelöst haben. Auch hier sieht er durchaus eine Art von utopischen Potenzial, weil sich diese Arten von Ausbildung auch die Möglichkeit haben, das, was hier als Unbewusstes oder Unterbewusstes genannt wurde, gleichsam gesellschaftlich zu thematisieren und zu institutionalisieren. Die Verabschiedung von gesellschaftlichen Alternativen, das ist ja relativ knapp, und der Tod des Sozialismus, der 1989 sehr deutlich wurde, der ja in seinen berühmten dritten Weg mündet, eben weder sozialistisch noch kapitalistisch, sondern eine dritte Fassung, das war ja New Liber, in Deutschland ja gar nicht unbekannt, in der deutschen Vorgeschichte, aber für den angelsächsischen Weg relativ neu, nach den Alternativen, der Versuch, die politischen Grundlinien, die die moderne Politik in der Moderne gekennzeichnet haben, zu verbinden, nicht aufzulösen, zu verbinden in diesem dritten Weg. Die Zweifel an der Objektivität wissenschaftlicher Kenntnis, das ist ein Thema, das wir bei Becker schon sehr deutlich mitbekommen haben, dass der späte Moderne die Gemachtheit der Wissenschaft erkennt. Wir haben da eine eigene Disziplin, die Wissenschaftssoziologie dazu, deswegen müssen wir das nicht so laut machen, das ist für andere Leute, wie ich am Tag, bei der langen Nacht der Wissenschaft, dann doch immer wieder feststelle, nicht so ganz klar, dass wir schon mal davon ausgehen, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse Folgen von Praktiken sind und nicht einfach Wahrheiten, Wirklichkeiten, Widerspiegelungen. Die Widerspiegelungstheorie ist ziemlich ad acta gelegt. Das ist auch bei Gittens so. Der Abschied vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat, also das Scheitern der Sozialdemokratie, staatliche Interventionen bringen keine Stabilität und die These der Wohlfahrtsabhängigkeit, also der neuen sozialen Gruppen, die durch Wohlfahrt erst geschaffen werden, von Arbeitslosen, die Hartz IV in Deutschland ja ganz spezifisch. Das ist eine ganze Debatte, über die wir gerade reden können und sollten. Interessanterweise macht das niemand. Ich finde es sehr auffällig, dass wir alle eine art keynesianische Politik jetzt in der Krise betreiben. Das heißt, man versucht, die fehlende Eigendynamik der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems, durch Interventionen aus dem Staat auszugleichen, das ist Keynes ja gewesen unter anderem, um dann, sobald die Wirtschaft ihre eigene Tätigkeit gewinnt, in den Phasen über Steuern und Abgaben von den Leuten, die dann nicht in die Schweiz fliehen, wenn man es so will, werden sie wieder machen, um dann über die Steuern und Abgaben diese Ausgaben des Staates wieder hereinzuholen. Interessanterweise, Sie merken, das läuft das gerade nicht so zur Zeit, sondern es läuft so, dass der Staat zwar die Wirtschaft stützt, aber Krampfer versucht, die Systemgrenzen zu halten. Also nicht, sich in keine Staatskonzerne zu schaffen, nicht sich so einzumischen, dass der Staat selber als Akteur im Wirtschaftssystem tätig wird, obwohl er das Geld hineinschiebt. Natürlich dann ein Vertrauensproblem hat, weil die Wirtschaft anders funktioniert, als der Staat, wie Sie wissen, und nun das Geld hereingepumpt wird. Wir werden sehen, was da funktioniert. Aber auch das ist kein kainzianisches System. Ich wundere mich nur übrigens ganz offen, dass dieser Kainzianismus oder nichts sehr flach verhandelt wird und diskutiert wird. Ich sehe kein neues System, was daraus entsteht. Es ist auch nicht eine klare Funktionstrennung. Es ist uneingestanden, der Staat muss dastehen. Bei Arcando haben Sie es wieder auch gesehen. Der Staat muss dastehen. Er investiert, er stützt diese Firmen, die ja, Sie wissen, in anderen Zeiten gesagt haben, wir gehen woanders hin zum Produzieren, aber jetzt dann das Geld doch brauchen. Das ist ja durchaus eine ambivalente Diskussion, die da gelaufen ist. Da spricht heute niemand mehr drüber. Herr Mittelhoff war da auch dabei, bei den Leuten, die dauernd gedroht haben und die auch Dinge abgezogen haben, aber jetzt von dem Staat, von dem sie es abgezogen haben, die Stützung brauchen. Das ist kein Vertrag. Also ich sehe noch kein System da ins Spiel. Ich sehe auch niemanden, wer dann System schafft. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass wir in der siebten oder achten Wirtschaftskrise allein meines Lebens noch immer keine genaue Vorstellung haben, wie Wirtschaftskrisen eigentlich ablaufen und handeln. Immer alle so tun, als wäre das ganz neu. Ende des Kapitalismus oder Ende von irgendwas. Er ist ja ein bisschen überrascht. Wie auch immer, Ende des Keynesianismus, das habe ich hier und jetzt nur erwähnt, weil eben auch die Fassung jetzt ist nicht die Wiedereinführung des Keynesianismus. Der Keynesianismus, den müssen Sie nicht kennen, ist eine ökonomische Lehre von Keynes, einem englischen Ökonom, die im Wesentlichen die nach Zweitweltkrieg Moderne bis zu Schiller, bis zu unserem Wirtschaftsminister Schiller, also bis zur ersten großen Krise der Bundesrepublik, also 1973 gehalten hat und die dann mit Helmut Schmidt zum Wesentlichen aufgegeben wurde. Im Wesentlichen, also bis in den 80ern noch ist es angehalten hat, auch mit der Aufgabe der speziellen Verbindung in Deutschland zwischen Regierung und politischem System und Wirtschaftssystem und dem sogenannten rheinischen Kapitalismus auch aufgegeben wurde. Von der Politik der Arbeitsgesellschaft zur Politik der Lebensstile, das werden Sie auch selber ein bisschen merken. Politik der Arbeitsgesellschaft und Politik der Lebensstile heißt, dass wir einerseits eben mit Leuten zu tun haben, die im Wesentlichen über Arbeit definiert werden, sich im Wesentlichen über Arbeit definieren und sozial definieren, ihre Identität definieren, zu Leuten, die sich über Lebensstile definieren. Ich frage mich das manchmal auch bei Ihnen, also zum Beispiel können Sie selber schauen, wie stark Sie, wenn Sie jetzt studieren, sagen, das bin ich. Sie arbeiten 60 Stunden in der Woche für Ihr Studium, sonst machen Sie noch ein bisschen was zum Sport und Ausgleich. Nein, das werden Sie vermutlich nicht machen. Sie werden die meisten sich irgendwie anders definieren und dann nebenbei noch das BA-Studium sonst was machen. Die meisten jedenfalls und werden sich über bestimmte Lebensstile, Musik, Kleidung, mit wem Sie sind, wohin Sie gehen und so weiter vermutlich identifizieren. Das ist ja sozialstrukturell höchstbedeutsam, weil dann andere Solidaritäten, andere Präferenzen dergleichen auftreten. Die Entbettung, ein Merkmal, Disembedding, das was Gettens sehr stark herausgeholt hat, durch die zeitliche, vor allem räumliche Extension der Globalisierung gibt es eine sehr starke Entbettung von Strukturen, eine Art Entkontextualisierung von Strukturen, der unterschiedlichsten Art Entbettung. Man könnte selbst zum Beispiel, wenn ich schon beim BA war, das BA-System als eine Art Entbettung einer Struktur ansehen, die aus einem angelsächsischen Bildungssystem herauskommt und nun versucht, über die Globalisierung hier ihren europäischen Ort zu finden und dort natürlich gewisse Transformationen erlebt und erleidet, die Sie vermutlich selber am eigenen Leib etwas mitkriegen, die vor allen Dingen im Kontakt mit den Diplom-Leuten, die Sie haben. Jetzt bei der anstehenden Revolution werden Sie einen Kontakt haben, so werden Sie sehen, wie dieser Kontakt aussieht und wie diese Entbettung selber sich auf Sie in diesem Beispiel auswirkt. Also die einerseits Entkopplung von Raum und Zeit, Entbettung aus, das ist ziemlich klein geschrieben, aus gewachsenen, normativ verfestigten lokalen Handlungszusammenhängen. Die Roma-Familie, die in Berlin jetzt untergebracht wird, zieht es Sie aus räumlich einfachen Verhältnissen, aus möglicherweise dörflichen Verhältnissen nun in den Trubel einer Großstadt geschmissen werden, zum Beispiel gehören zu diesem Entkopplungsphänomenen dazu. Eines der Merkmale dieser Spätmoderne besteht nicht so sehr darin, wie Beck meint, dass die Leute einfach individualisiert werden, sondern er hat das wesentliche Merkmal für die bezeichnet als Enttraditionalisierung. Enttraditionalisierung liegt ein Aspekt darauf, nicht dass Sie Einzelner und Einzelner und Einzelner werden, um so etwas geht, sondern dass bestimmte eingespielte Praktiken sich auflösen, dass zum Beispiel das, was die Arbeiterklasse üblicherweise tut, ins Pub gehen, Bier trinken und rauchen, sonst sich allmählich Formen, also Handlungsmuskler sich auflösen, der Begriff der Enttraditionalisierung ist sehr viel mehr an den Handlungen und Strukturen festgemacht und die Spätemoderne sich eben durch diese Entbettung vor herausgegangenen Enttraditionalisierungsprozessen, zum Beispiel die Arbeiter, auch die Rollen von Frauen und Männern, die nicht mehr an traditionellen Mustern folgen und dergleichen mehr. Enttraditionalisierung, die sich selbst in den neuen Fundamentalismen niederschlägt, die ja auch nicht einfach nur Traditionen, alter Katalizismus von Leichnam der Prozession, sondern neue Formen annehmen, dann haben wir Popmusik dafür, T-Shirts mit Machetratze und solche Dinge, die eben selber Ausdruck von Enttraditionalisierung sind. Eine zunehmend gewichtslose Ökonomie, das ist ja was die Späte Moderne in die Krise gebracht hat, also der Austausch von Invisibles, das ein großer Teil der Ökonomie im Wesentlichen damit besteht, dass wir nur noch Zahlenkauts in eine Karte eingeben und Dinge austauschen, die gar nicht mehr ausgetauscht werden. Der Austausch von Invisibles, das ist ja was viele meinen, auch der Grund für die Krise, der jetzige Krise der Ökonomiewelt, der Tausch mit Invisibles eben keine, ja nicht, keinen Halt hatte, ungeregelt verfuhr. Das war glaube ich das Problem. Invisibles, also das zum Beispiel, ich habe neulich mit Harald Bodenschatz gesprochen, war jemand bei seinem Vortrag? Am Freitag? Schade. Das ist wunderbar über Dubai und über Dubai das Musterbeispiel der späten Moderne, wenn man es so will, dieses Land, in dem kein Wasser wächst, aber massenhaft Leute angezogen werden und er erzählte, dass natürlich die Krise ausgebrochen ist, aber nichts Genaues weiß, weil die Häuser, diese unglaublich vielen Wohnungen in den Häusern auf, mitten in den Kunstinseln gebaut, zum Teil fünf, sechs, sieben Mal verkauft wurden. Also jemand wird es kauft, es wird es verkauft, als Investor und so weiter und gar niemand weiß, wem die eigentlich gehören. Also die Krise mag da sein, aber es weiß noch niemand recht und es weiß auch gar niemand, wer da wohnt. Es ist vermutlich auch kaum jemand da, man weiß gar nichts, weil es auch keine Großere ist, alles frei liberal, alles höchst liberal gemacht, man weiß nicht, wie viel wohnen, man weiß nicht, wem die Häuser gehören, man weiß nicht, ob alle, denen die Häuser gehören, mittlerweile schon bankrott sind, es ist völlig unbekannt, es gibt so gut wie kein Wissen drüber. Außerordentlich spannend, wenn man zu diesem, ja, diesen globalen, Ausdruck einer globalen, Ökonomie, was Dubai ja wunderbar ist, Dubai hat noch was anderes, einen großen Hafen, sollte man erwähnen, aber das ist schon ein, eben, über Austausch von Invisibus sehr stark zustande gekommen, sehr reizend, das ist ja auch die Krise. Vermutlich, wie man ja weiß, dass die Vereinigten Staaten Kredite vergeben wurden für Leute, die einfach schon gar nicht mehr zurückzahlen konnten, sodass es Systeme, also schon null Kredit, das keiner mehr annimmt, die Leute zahlen schon drauf beim Kredit, sodass es Systeme selber pervertiert wurde, nur um Leute dabei, um die Zahlen zu machen, die Leute dabei zu haben. Die kulturelle Globalisierung, das muss ich Ihnen nicht erzählen, also über, über die Medien und die Migration, obwohl es wunderbare Beispiele gibt, die in diesem Zusammenhang dann verhandelt werden, in der langen Nacht der Wissenschaft, zum Beispiel Rap, deutscher Rap, genau das ist ein Beispiel für kulturelle Migration, wenn Sie wollen, für kulturelle Globalisierung, denn wenn Sie es näher anschauen wollen, dann müssen Sie es nur mal französischen Rap, ich kenne Schweizer Rap zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es einen österreichischen Rap gibt, aber es gibt auch einen schwäbischen Rap zum Beispiel und so weiter und so fort. Es gibt natürlich verschiedene islamische Fassungen und arabischen Rap, türkischen Rap wissen Sie auch und so weiter und so fort, die alle ein bisschen anders klingen. Das sind Phänomene der Entbettung, dieser Rap wird genommen als eigentlich Sprechgesang von Schwarzen und ähnlichen Milieus wird aber transformiert in der Vorführung, in der langen Nacht der Wissenschaft gab es sogar eine Gruppe, die machten Rapucation. Zwei Erziehungswissenschaftsstudenten, die dann Wissenswertes für den Schulunterricht im Rap verpacken, gar nicht schlecht verpacken und dann für Schüler verbrauchbar machen, kann ich auch noch versuchen, obwohl bei mir vermutlich eher der fantastische Vierstil dann durchklingt, aus regional bedingt. Eine Transformation der Demokratie, natürlich, das sehen Sie auch sehr stark, eine Transformation der Demokratie, die einerseits eine Strukturierung der Bürokratie auf der einen Seite, die einfach als Machtapparat, bürokratischer Machtapparat, sehen Sie die Professionalisierung der Politikerkarrieren, die einfach nicht nur mal vier Jahre da sind, sondern überlegen müssen und ihre Pfünde, ihr Leben auch sichern müssen. Und auf der anderen Seite eine Art von Bürgerpolitik, die entsteht, also ein Verschiedenspunkt, die relativ unabhängig davon ist, von diesen Arten von Politiken. Die reflexiv gewordenen staatlichen beziehungsweise Interdependenzen kommen ins Bewusstsein und schließlich ja nicht zuletzt natürlich das sogenannte berühmte Institution Building, also der Versuch, immer wieder, immer mehr über nationale, Schwächungen des Nationalstaates, postnationale Konfliktkonstellation, mehr und mehr überstaatliche Einrichtungen zu bilden. Auch das übrigens, ich wollte ja mal wieder zur Krise etwas sagen, auch das ist natürlich gerade eines der Themen, wo ich jetzt relativ wenig höre. Eine der Probleme, der Aufgaben nach dieser Krise war ursprünglich, und der Finanzminister wollte das machen, Regelungen für das Finanzsystem zu bauen, indem man zum Beispiel die Schweiz schlecht macht, das ist auch eine Möglichkeit. Die eigentliche Möglichkeit wäre natürlich verpflichtende Regelungen, sodass die Gelder nicht abfließen können. Das ist genau das Problem, was wir gesagt haben, dass die, wenn diese Wirtschaft funktioniert, dass auch die, die reinzahlen, wieder was herausbekommen, dass das weiter funktionieren sollte. Das geht aber nur, wenn es ein weltweites System basteln. Eigentlich müssen es ein, wir haben ja schon eine Weltfinanzbehörde, aber eine Weltfinanzflussregulationsbehörde, schätze ich, sowas von dieser Art basteln, die auch sanktionsmächtig ist. Die als es sagen kann, auf den Bahamas oder wo immer das Geld untergebracht wird oder auf den, der Isle of Man oder wo auch immer das Geld hinflüchtet, wenn es ja wieder Geld gibt, dass dann entsprechend Zugriff gehabt werden kann, wer auch immer. Das sind die postnationalen Institution Building und das ist für die Politikwissenschaft ein großer Prozess. Mittlerweile enorm viel, es gibt ja schon viele Regelungen, da passiert auch einiges. Die EU ist nur ein kleines Beispiel dafür, was da schon vonstatten geht. Das sind eine ganze Reihe von Schlaglichtern, die, was sei Beck de Giddens, wirft auf eben diese späte Moderne, die eine, nicht einfach, dass eine reflexiv gewordene, andere Moderne ist, sondern diese jetzige Moderne weiter treibt, das höher treibt. Die Nationalstaaten zum Beispiel einfach, das ist ja seine Idee, ausweitet, die über die Entbettung, die Strukturen verlagert und eine Art von neue Ausdehnung hat, das als Zeitdiagnose. Man muss sich bei Giddens natürlich fragen, das gebe ich hier zu, das gilt aber auch für Schulze zum Beispiel, auch für Beck, dass diese späte Moderne, ähnlich wie die postmoderne, möglicherweise ein, ja, selber ein historischer Aspekt, eine historische Zeit war, dass man die Zeitdiagnose natürlich weiter treiben muss und das, denke ich, ist notwendig und das wird ja auch von den einen oder anderen getan, zum Beispiel, dass eben diese Frage, diese Aufspaltung, die Alternative zum Sozialismus nach dem Niedergang jetzt nun auch des dritten Weges in England vorexorziert, auch, Deutschland weiß ja noch nicht so recht, Merkel kann man da nicht einschätzen, also Schröder ist schon der dritte Weg gewesen, war ja auch nicht der letzte Erfolg, nicht erfolglos, nicht der letzte Erfolg, aber nachdem dieser dritte Weg dahin ist, wird jetzt auch unter dem Eindruck der Krise vermutlich ein neues, eine neue Gesellschaft, Gesellschaftselemente werden sich formieren dabei, sodass wir Diagnosen, dass wir Diagnosen machen müssen. Ich denke, das eine oder andere wird auch transformiert, ich bin schon beim Beispiel der Wissensklasse oder Dienstleistungsklasse schon darauf zu sprechen gekommen, aber das ist das Wesen der Zeitdiagnosen, die eben, wo Sie auch schon sehen, wie die vor 10, 20, 30 Jahre Züge haben, gleichzeitig ist natürlich von Gittensen, deswegen haben wir ihn gemacht, auch sind die Gesellschaftstheorien und vor allen Dingen auch die Grundlagentheorien, glaube ich, schon seinen Beitrag. Wenn Sie Kritik hören wollen noch am Schluss, ich habe Gittens, ich finde es sehr treffend und passend, ich habe die Strukturationstheorie, finde ich, eine sehr gelungene Theorie, ich hatte immer das Problem, dass ich nicht so recht gesehen habe, was so besonders an Gittens ist, also ich denke, das haben mehrere auch schon in dieser Form gesagt, und nicht immer entsprechend honoriert, zugleich aber bildet er oder bringt er diese verschiedenen Ansätze durchaus in ein Modell, das über Dualität der Strukturen, über die Relevanz der Handlung, über die immerhin Möglichkeit der Betrachtung von Praktiken doch eine Alternative zu den Handlungstheorien auf der einen Seite, Systemtheorien auf der anderen Seite darstellt und wenn man so will, auch etwas soziologischer ist, als das bei Habermas der Fall ist, der dann schon etwas mehr utopisch und seine etwas mehr Utopie schon in das Handeln reinbaut. Es bleibt aber, und das werden Sie beim nächsten Mal sehen, deswegen hätte ich eigentlich heute besser Bourdieu gemacht, es bleibt ein sehr konfliktarmes Modell, möchte ich sagen. Das ist sicherlich eben auch dafür berühmt, das war auch der Versuch, den Konflikt zu vermeiden, das ist auch so ein bisschen der dritte Weg, ich denke, das hängt von dem kulturellen Hintergrund zusammen, dass nach den harten Konflikten zwischen den Arbeitern und dem Staat in Großbritannien, das war, ich war 81 in Großbritannien, 80, ich war damals, mein erster Tag in Brighton war, als die Labour-Konferenz in Brighton war, das war fast ein kleiner Krieg damals, und Großbritannien ist damals wirklich den Bach runter, das war sehr arm, das Gesundheitssystem ist heute noch reformiert worden, wie auch immer, die Konflikte waren sehr scharf, und da gibt es, und in New Libors sollte das auch geschlichtet werden, also kein sehr stark konfliktorientiertes Modell, das wiederum, das ist auch der entscheidende Aspekt, wird anders, beim nächsten Mal, wenn wir uns mit Bourdieu beschäftigen, Bourdieu wird zwar auch diese Verbindung zwischen System und Handelnden über den Begriff der Praxis herstellen, bei Bourdieu wird aber gerade auf der Ebene der Institution, der Strukturen, der Konflikt eine ganz leitende Dynamik sein, und das ist vermutlich auch das kritische Problem, das eins der Probleme, was wir hier haben bei Gittens, dass diese Konfliktdynamik relativ schwach ist, wir werden sehen, also wie das bei Bourdieu aussieht, deswegen wäre es reizvoller heute gewesen, obwohl ich zweifle, dass die Konfliktdynamik jetzt am kommenden Mittwoch so besonders groß sein wird, ich glaube, also ich hatte nur so eine Antizipation, könnte man meinen, da passiert einiges, weil hier Konfliktzonen sind, ja nicht vom Katheter her das sagen, deswegen wäre das das passende Thema gewesen, wir werden aber diese stärkere Konfliktorientierung eben nächstes Mal bei mit Bourdieu verhandeln, dann sehen wir uns nächsten Montag und können ein bisschen darüber reden, und manche werden vielleicht auch erzählen, wie dieser Mittwoch verlaufen ist, ob wir die Konflikttheorie bräuchten oder nicht brauchen dafür, bis zum nächsten Mal. Applaus Vielen Dank.